Hallo und herzlich willkommen bei Star Wars. Ich bin gerade, ich habe mich gerade einer Gruppe angeschlossen, wir machen die Heldenmission. Sie wissen nicht, dass ich aufnehme. So, seht ihr mich auch mal, wie ich aktiv heile in einer Gruppe. So, der braucht Heilung da hinten. Granate hin. So, ich kann damit helfen. Das kostet mich zum Glück durch meine Überladung, oder wie sich das nennt. Ich weiß es nicht, ich koste mich das keine Rohstoffe. So. Nur ich hier. So, tada, zack, Heilung. Und hinter mir an jede Gelehrter. Nicht auf dem Gleichgewicht, sondern auf, weiß ich nicht, wie der Baum jetzt heißt. Ich merke mir immer sowas nicht. So, der braucht mal ganz schnell, dringend, ganz viel. Noch eine Granate. Und medizinische Sonden. So, da haben wir den ersten auch schon erledigt. Davon müssen wir insgesamt drei. So, jetzt aktivieren hier die Leute diese Teile und es kommen Gegner. Das Ganze muss man sechsmal machen. So, Gareth. Kriegt hier mal eine Sonde. Saramos. Granate. So, da kriegt man eine Sonde. Ist ganz easy zu heilen hier. Alles kein Problem. So. Tadam, tadadadam. Nur Sonde und Granate. So, eigentlich könnte ich auch mal ein bisschen mit rumballern. Weil so viel Heilung brauchen die nicht. Nee, kann ich mal ein bisschen dispellen. Oh, scheiße. So, da kriegt man eine Spezialsonde und eine medizinische Sonde. Zack. Da kriegt man was ab. Da kriegt man eine Spezialsonde drauf. Da kann ich mal ein bisschen mit rumballern. Granate. Zack. Oder kommt der Dicke. Da müssen wir aufpassen. Gleich geht der da dran. Ja. Sag ich doch. So. Greed, Desintegrator. Digital Stasis. Phasenimpuls unterbrechen. Scheiße, zu spät. So. Aber das ist eigentlich auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja, ja, ich bin ein Heiler. Ich muss sehr angenehm für mich, wenn die nicht so viel Schaden bekommen. Gleich kommt auch schon wieder verpasst jetzt. Aber hat einander unterbrochen, sehr gut. Schadenimpuls kann ich unterbrechen. Scheiße, zu spät. Ich sollte mir das Teil mal vielleicht noch ein bisschen höher legen. So. Ein paar Sonden. Der braucht ein bisschen Heilung. Ein Heiler ausgefallen. Ein Heiler habe ich gesagt. Ich glaube, ich habe eine Heiler. Ein DD ist ausgefallen. So. Ich würde eigentlich sagen, als Heiler mache ich ein bisschen DD. Ich brauche ich da mal ein bisschen mit drauf. So, aber alles kein Problem hier. Ein paar Sonden. Nächste. Oh, schon wieder die Dinger. So, da ist Samus. Sarah muss so heistern. Ein bisschen Heilung. Jolly in rote Raute. Saramos braucht wieder Heilung. Das ist ein dicker. Der kommt da gleich wieder rum. Aber. Das möchte ich doch in Ruhe hier. Das wird knapp. Jetzt haben wir ein Problem. Aber. Und ich kann mich nicht mehr dispeln. Ich heile los. Saramos. Eine medizinische Sonde. Und noch eine hinterher gleich. Und dann baue ich hier nochmal eine Granate mit ein. Und hier eine Plasma Granate. Da wird eine Haftgranate. So, Sarah muss. Ich brauche wieder Heilung. Ei, 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 ei. Da habe ich den mal ganz spontan unterbrochen. So, ich muss mich mal hier drauf konzentrieren. Ich werfe mal wieder eine Granate. Halte ich einfach mal mit drauf. Ich habe genug Energie. Da habe ich wieder unterbrochen. Ich glaube doch super. Ich muss mich ganz schnell laden hier. Weil die nehmen keine Rücksicht darauf, ob man Energie hat oder nicht. So, ich ballere mal da rein. Außergewöhnliches MediPack brauche ich nicht. Ich habe Prototyp. MediPacks kann ich selber herstellen. Ich bin Biochemiker und ich kann. Ich habe eine Rekata MediPack. Das ist wiederverwendbar. Das ist einfach besser. So, ich muss mir noch ein paar Sonden geben und mich selber mal ein bisschen heilen. So, den kann ich so heilen. Mit meinem Zauberstab. So, ich bin jetzt eigentlich noch. Einen dicken, ne? Oder sind wir jetzt durch? Wenn der abhaut. Sind wir durch mit Helden, oder? Ja, wir sind durch. Sehr schön. Das war die Heldenmission. Ich habe gerade nicht mitgekriegt. Und... mit Einnimmungs-Officier Gareth, Meister, Saramos und Jolene, die schon abgehauen ist. Und ich hau jetzt hier erstmal nochmal was drauf, damit ich diese Scheiß- Chips endlich kriege. So. Damit habe ich die Datenchips. Und ich verabschiede ich mich für diese Folge vielleicht etwas kürzer. Ich weiß es nicht. Ich habe wieder mal die Uhrle eingeschaltet. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video vom GRI-Event. Ich melde mich ab. Tschüss. 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 Tschüss.